Oh, okay, Freunde, willkommen zurück und so. Was geht? Ja, komische Cards sind irgendwie getriggert, nachdem ich hier Lades zu so Speicherdingen zerbändet habe. Egal. Oh, ist das scheiß Handy, ha? Soldatetage, ja, zu Soldatetage, blablabla befinden sich ein Trainingsraum und ein Materiallabor. Manchmal werden in diesen Räumen neue Missionen verfügbar. Ja. So, womit spammt er uns wieder zu? Es gibt da so einen Typen. Weißer Kittel, schwarze, zu einem Pferdeschwanz zusammengebundene Haare und Brille. Schon mal gesehen? Der Mann ist Hojo. Nein, aber schon mal gehört. Schon aus dem letzten Final Fantasy VII Remake und er war ein ziemlicher Buster. Und er ist der Leiter der Forschungsabteilung. Er hat die Methode zur Erschaffung von Soldaten entwickelt. Und diese Entdeckung katapultierte ihn an die Spitze der Forschungsgemeinschaft. Das war vor etwa 20 Jahren. Seine Ernennung zum Leiter waren hitzige Machtkämpfe vorausgegangen. Pochi soll sich gerade im Trainingsraum befinden. Frag mich, wann er wohl momentan forscht. Ja. Ich schleiche dich rein. Okay, so, was immer. Okay, direkt im Trainingsraum. Der Trainingsraum ist currently being used for top secret research. Hence, Entry is strictly prohibited. It is off limits, even for you, Mr. Soldier. But I, being the coward that I am, cannot muster the courage of the prohibition. So, whether to enter or not, will be up to you. Okay, ich hab kein Gewissen. Rein mit uns. Wieder nix los, ha? Das ist Ho-Cho. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Ich denke, das ist gut. Ja komm mal her! Ball rein, alles was du hast! Kann ruhig mehr als sein, hm? Wen haben wir jetzt? Oh, Double Hit, hm? Ja komm her! Ja komm her! Kein Problem, es kommt sicher so in so... Roboter, oder? Und ich hab kein Blitz, scheiße, ja? Kommt wirklich einer? Ne, Double Hit! Okay, Double Hit, Double Kill! Hau rein! Blablabla komm! Hau rein! Na komm, Alter, was soll jetzt kommen, hm? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Oh! Äh... Und ich kann halt keine Materie grad wechseln, na gut, scheiße! Oh mein Gott! Reduziert! Scheiße! Ich glaub wir verlieren doch, hm? Na, da kann ich nichts machen, hm? Na, da kann ich nichts machen, hm? Das dauert ganz schön, hm? Oh, Unverhuntercharakter, ja geil! Ach was? Judas krittet uns, hm? Okay, na ist ja wurscht! So! Material! Nein! Ähm... Sollen wir die rausballern? Scheiße ahn, hm? Wobei... Wobei... Ja, wir können die EIs raus, also ist eh unnötig! So! MP! Scheiße auf MP, oder? Was haben wir irgendwie... Eho, mehr physische Dingens! TP, MP! Okay, sonst können wir eh nichts besonderes machen, hm? Ja! Na gut, bleiben wir so mal! Oh! What the fuck, ha? Dein Ernst? FP frei! Okay! Auch nicht besser, gerade! Ach man! Triff doch, Junge! Fucking Ernst? Ah! 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 parole mention curieieren! Ah! Ah! Zack, geh weg. Gib mir was Vernünftiges. Ein P-Brei. Ach komm. Ich will das schaffen. Ja, das... Oh, what the fuck. Schaffen wir das nicht? Das ist ja lächerlich der Schaden. So, das wird auch nicht viel machen, ha? Ja, wie uns das trifft, ha? Okay, ich hab keinen Bock mehr. Okay, 1-0 für dich, fucking Hojo, ha? Wie machen wir das jetzt, ha? Okay, ich komm gar nicht raus, oder was? Das ist doch scheiße. Ja, super magische Resistenz. Das brauche ich, ha? Ja, nice, wenn wir jetzt den Level-Up kriegen. Ah, komm. Das ist doch... Ja. Das ist doch... ja scheiß drauf ja ja das ist alles wieder neu machen das ist doch scheiße die ich raus konnte muss ein paar andere missionen machen was geht da ich glaube sind wir ziemlich stark genug für den waren wir auch zu schwach ich weiß gar nicht mehr was war da scheiße ich dachte wir hätten blitz oder bin ich schon tot geiiiil scheiß auf den dreck wir müssen das blitzteil irgendwie leveln ja so weg damit ach so ich glaube der hat uns letztes den arsch aufgerissen oder der scheiß roboter na gut egal elixir ah ja sie war es machte so einen schaden wieso machst du so einen schaden hör auf was ist jetzt los ach was ihr fühlt ha ja komm hau rein weh der fällt nicht um ok und unsere mps wurden auch wieder hergestellt so bissl ich baue mehr dings ich will mehr mehr magie slots haben ja ja ich bin von oh 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 Wäre Missionen. Du kannst dich normal auf der Karte bewegen und Kämpfe bestreiten. Das Abenteuer endet, wenn du kampfunfähig wirst. In diesem Fall hast du jedoch die Option, deine Ausrüstung zu wechseln und den Kampf zu wiederholen. Die Mission abschließen. Du kannst deine Mission abschließen, indem du den auf der Karte markierten Boss besiegst. Nach Abschluss einer Mission kehrst du zum Ausgangsspeichelpunkt zurück. Ach was. Was sagt die Karte? Okay. Gehen wir einfach mal zu dem Kollegen da. Oh Gott, was halten die aus? Komplett Resolved. Ach was. Okay, das ging ja fix. So, aber ich glaube da... Der Boss ist reif. Wo ist er, ja? Ja, jetzt haben wir schon zwei davon. Toll. Okay. Ah, ist er reif. Hört sich schon besser an, hm? Ja, da vorne steht wieder so ein Teil. Lass den Scheiß wieder wegmachen und das hier Blitz reinhauen, das ist irgendwie auch gelevelt oder keine Ahnung. Wenn Blitz irgendwie mehr Schaden macht, dann macht das irgendwie mehr Schaden bei dem anderen Teil. Okay. Okay. Lecker. So. So. Je nehm. So. 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 Hör mal auf mit Ausweichen, das ist voll unfair. Warum trifft das nicht, ha? Ich bin echt ein Noob gerade. Okay. Ja, das ist schon ein Teil wieder, ha? Oh, gute Damage, ha? Ja, das macht schon deutlich weniger Schaden, der ist schon schwächer. Ja, geh weg. Hey, Level up, ha? Oh, MP frei, let's go. Oh, ja. So. Hoffen wir mal, dass der Eisenreif irgendwie was kann, ha? Na, das ist okay, ja. Äh, 20% TP, ha? Hm. Ja, überzeugt mich mir auch nicht so, ich mein... Also der eigentlich schon am geilsten halt, ne? Ob ich jetzt mehr HP habe oder weniger Damage bekomme, ist doch eh schon wurscht, oder? Naja, so. Da haben wir jetzt alle fertig. Ein Elixir, ha? Scheiß auf das Elixir. Ich weiß mal, mit Treppen. Wahnsinn. Oh, yeah. Mega-Trunk. Da, du bist unser Typ. Geht's aber irgendwie noch weiter? Nein, gell? Okay. Ah, ja. Du Bastard, ha? Na gut, die halten X aus. Da sind wir wahrscheinlich schon ein bisschen überlevelt. Scheiß Hojo. So, jetzt haben wir ein neues... Eine Schutzweste, ha? Das ist echt schade, dass es keine... Scheinbar gibt irgendwie, ne? Weiß ich nicht, normale Ausrüstung. Das finde ich echt kacke. Nicht mehr kommen. Ja, zwei gleich, ha? Ja. Ja. Hier ist das, was unser Blitz-Tile an-levered. Kom, Blitz-Tile. Ah, lever. Oh, yeah. da hat er die schutzweste das ist doch kein accessoire oder eine schutzweste 30 bit könnte man schon ziemlich viel wenn wir die beiden zusammen machen ok so what's next analyse das ist ja auch nicht so wild wo sind wir denn da ok tun schon ein bisschen mehr weh wieder das ist doch echt aber scheiße es kann doch nicht euer ernst sein dass die einzigen dinge die ich irgendwie hab zum equippen sind zwei accessoires und ich glaube es werden aber irgendwann nochmal mehr aber so warum gibt es keine normale ausrüstung einfach warum ist das so schwer wieder ha jawoll ich bedarf es die Idee ist ha ha tut denn der so weh tut denn der so weh tut denn der so weh hey ein P5 ja trifft doch mal junge mein gott ich bin so für ein schlechter Sid Lord ha ja analyse ist zwar schön ist halt eine materia dass wir mal wissen irgendwie was die gegner schwach sind oder keine ahnung aber wenn ich irgendwie nur vier slots habe ist das echt scheiße so was hätten wir da jetzt irgendwie ein neues Muskelgurt zwei sterne sollten wir schaffen bei drei sterne wird es glaube ich ein bisschen schwerer schon eine kiste irgendwo da ist sie auch schon war ich klar oh ha wir halten schon was aus ha nix mehr zu feiern blitz ha blitz ha blitz so so dickerchen naja weg dass du nicht alleine bist scheiße äh keine magie mehr oh da haben wir wieder einen blitz 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 Hey, level up, nice. Okay, erstmal halen. Safety first. Keinen Bock zu sterben. Okay. So, was kriegen wir nochmal? Ein Muskelgurt. Das hört sich ja vielversprechend an. Mehr Damage. So, zack her. Tja. Keine Ahnung. 5 ist halt irgendwie nicht so wild. Dafür weniger Magie schaden, ne? Weiß nicht, ob das irgendwie so gut ist. Weil irgendwie Magie besser ist irgendwie. Na gut, was haben wir eigentlich noch? So, da ist jetzt irgendwie noch ein neues auch. Da ziehe ich schon drei Sterne. Jo. Oh. Stille Impuls. Okay, ich glaube zwar nicht, dass wir es schaffen, aber... ...das interessiert mich jetzt irgendwie gerade. ...was das für ein Reward-Teil ist. ...ob das irgendwie ein neues Schwertchen oder was ist. Keine Ahnung. Oh, fuck. 5? Oh, fuck. Ich war irgendwie mehr Aue-E-Schalen, ne? Aber das ist ja gar nicht über. Gerade. Au, au, au. Nein. Nein. Hacke. 500 Schaden. Deck mich, du Bastard. Okay, unser Melee. Unser Melee-Schaden war gar nicht so schlecht, finde ich gerade, aber... ...der Fight war gerade, tja... ...der war schon nicht so leicht, ha? Ja, natürlich wieder 5, ha? Oh, unvermuntbar. Nice. Sehr gut. Nice. Sehr gut. MP frei, nice Ja, ich bin gespannt, was uns irgendwie für Digger erwartet, ha? So, gibt es irgendwie noch eine Kiste irgendwo? Bin ich da gerade, ha? Okay Nehmen wir 5 von den Bastards, so, jetzt haben wir kein Ding mehr Kein FP Oh, jetzt schon wieder, okay Dann machen wir auch eh Damage, ha? Nein, bitte nicht sterben Oh, fuck, huh? Hey, MP5 Hey, noch mehr MP5, ist ja gut Was ist, kann man so? Willst du mal leveln, ha? Hat mich nochmal treffen müssen, der Arsch, da, ha? Kann ich da eigentlich irgendwie mit dem Menü mich heilen? Ja, gell, oder? Okay So, ich würde sagen, wir ballern uns Äther rein und auch so ein Somatal Wir werden es sicher brauchen So, wo bin ich gerade? Okay Oh, zwei von den fetten da Oh 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 Schatz in Kana... Oh, MPP? Sehr gut. Niemlich praktisch, dass sowas gibt, he. Keine Ahnung, find ich cool. Lebt immer noch, he. Nice, level up. Na gut, läuft, ja. Irgendwie hab ich trotzdem Angst vorm Boss. Alter, euer Ernst? Kann ich aber auch weglaufen? Na scheiße, ja. Yay. Activate in Combat Mode. Ah, ich bin. Ja, okay. Wider. Okay. Boah, holy shit, MP frei für den Gewinn. So, wir schauen mal gerade aus. Ich würde sagen, wir machen da voll und ballen uns noch einen Ether rein und so einen Soma-Teil. Wie haben wir die Dinger? Ja. Achso, das können wir von selber re-usen. Das ist ja geil. Okay, naja. Gut zu wissen. Ich dachte schon, weil Phoenix Down ist eigentlich für Verbündete, aber wir haben ja keine Verbündeten. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Gut, dass ich es gemacht habe. Komm, entdeck den Dicken da. Nein, ich will den da. Ach, keine Ahnung. Triffen wir irgendwie alle. Wie geil, hat wirklich alle getroffen? Okay, was ist das jetzt für ein Teil? Geil, ha? So. Zeig her, ha? Wieder nur so'n Scheiß? Ja, wirklich, hä? What? Oh Gott. Erhöht Attack und Magie fügt Angriff auf einigen Fertigkeiten stumm hinzu. Was? Wie soll man eigentlich gerade soviel HP hat? 2000 HP? Hm. Okay, lass halt mal versuchen. Was sagt er bei Optimieren, ha? Achso, okay. Ja, ich meine, okay. Ich glaube, es gibt da eh mal mehr, aber echt schade, dass es sowas gibt wie normale Ausrüstung einfach, ha? So, was gibt's irgendwie noch, ha? Aha. 5% aller Art Dinger abgeschlossen, ha? Okay. 4 Sterne. Aha, da kriegen wir einen Bonus, ha? Ah, da steht Fortschrittsboni. Was gibt's denn alles Schönes, ha? Eine wertvolle Uhr. Was gibt's bei 100? Tiara-Säde, Naturgewalten, Megavita. Interessant, ha? So, Rochos Scheißlabor, ha? Ach, was? Was? Ifrit, ha? Ja, gut, dass wir alles haben. Na gut, du hältst eh nicht viel aus. Oh, Dunkelblitz ist jetzt mächtiger. Bleib doch mal stehen, ha? Genau, mach sowas. Sehr gut. Irgendwie müssen wir uns die ganzen Materialien dann mal irgendwie anschauen. So, was kriegen wir da? Ein Amulett, ha? Ah, nicht schon wieder. Fuck. Na gut, aber wir machen ganz guten Schaden, ha? Und ja, nicht so. Oh? Wir gehen auf. Ja. Wir gehen auf. Wir gehen auf. Na gut, ich glaube, diesmal wieder ein bisschen einfacher, huh? Oh, wir sind nicht perfekt, huh? Genau mal Okay, Level-Attack, Level-Up, einmal heilen Oh, scheiße, huh? Was geht sich jetzt nicht aus? Lass einmal heilen Was? Ich habe keine MP, scheiße, fuck Na gut, aber wir, das kill uns, huh? Ah, lächerlich, Junge Ah, ich habe aber immer noch keine MP Na komm, Hauke, will ich umhauen Nein Ich brauche nicht FP-frei, ich brauche MP-frei Scheiße, huh? Komm, mehr da wieder Stirb Jawohl Scheiß, Baha-Mutter So, ein Amulett, huh? Kann sich ja eh nix, oder? Ausrüstung Amulett Okay, ziemlich viel Magieabwehr, naja Wer weiß, huh? So, was haben wir noch? Mit Phoenix-Feder, huh? Na gut, aber wir sind gar nicht so schlecht, wenn wir uns damit selber revipen können So, welche Kollegen sind hier zu Hause, huh? Ah, ja Da kommt's her, huh? Aha Ey, die tun aber auch weh, huh? Einer down Und ein zweites down Dankeschön Was gibt's jetzt, huh? Chocobo Armband, huh? Wow, was bist denn du hässlich, huh? Vier Stück gleich Oh, die sind gegen Feuerarmt, der liegt Ja, haben wir nicht Au Ja, was ist denn du hässlich, huh? Sehr gut Ah, ist Hidin, huh? Okay Das war ja Gott sei Dank recht einfach Ich check nicht ganz, wie das mit den Level-Ups funktioniert Das kann doch nicht irgendwie einfach nur random sein, huh? So, Chocobo FP 20% Wir brauchen sowas, huh? So, was gibt's neues Sprung Ah, hab ich irgendwie halt keinen Bock Was hätten wir irgendwie da noch? Blitz TP-Boost Und Widmakuni Da ist scheiß drauf So, jetzt muss ich mal schauen, wie wir haben so viel Material, huh? 1, 12, huh? Was macht unseres? Okay So, ich mach jetzt irgendwas anderes, huh? Da werden wir ja immer noch nicht stark genug sein, leider Spam, huh? Hiermit erklären wir die Kampfhandlungen gegen Wu-Tai für beendet Dass der Konflikt mit so wenig Verlusten und einem friedlichen Ergebnis beendet werden konnte, um dir insbesondere Rang 1 Soldat Sephiroth zu verdanken Wem auch sonst, ne? Unser Sieg wird es unendlich ermöglichen, alle Regionen mit Mako-Energie zu versorgen und sie zu entwickeln Shinra wird alles in seiner Macht schon hier tun Um auch die Menschen in den entlegenden Regionen am Wohlstand der Fortschrittsgesellschaft teilhaben zu lassen Direktor Shinra Ja So Liebe Soldatmitglieder, ich danke euch für eure täglichen Mühen Ein langer Konflikt hat endlich sein Ende gefunden Und das verdanken wir der aufopferungsvollen Arbeit von Sephiroth Ach, ich kann es nicht mehr lesen, ne, scheiß Sephiroth Fick dich, äh Arschloch, ha? Hey, Zack So, the war is over That it is I'm sure you heard I ruled No, I didn't hear The company reports don't mention you at all Jo On TV They only talk about Sephiroth's bravery But Sephiroth was in B-Unit Well Our heroes are chosen by the media Dreams Crushed Scheiß Fake News, ha? Nützlichen Tipp Oh, die mit Tyrion erhalten, wirklich? Ja, Megaflare Okay Da können wir her, oder? Ja, da jetzt, ha? Bastard Boah Nice Wir sagen was I thought I'd be happier Understandable Too much happened, too fast Zack I'm afraid I need your assistance again Are you pushing another assignment on me? My apologies Whatever I'll fill you in, Zack But before that Go to the briefing room And change into a first class uniform Oh, yeah Jetzt muss ich mal mehr aushalten, ha? Na, Zack, her Hat sich irgendwas geändert? Ah Sex Materia ausrüsten Ergebnis-Bony Jetzt Da Sex zu einem Rang 1 Soldaten befördert wurde, erhält er Nach jedem Kampf eine Bewertung Na toll Je nach Kampfergebnis können TP, MP und FP regeneriert werden Denke beim Kämpfen also an deine Bewertung Schaden Besiege alle Gegner, ohne Schaden zu erleiden Kein Problem Perfektes Blocken, ja Und Limit-Sieg Besiege den Gegner mit einer Limit-Rausch-Technik, okay Ja, Blocken ist ja nicht so meins, ha? Ja Mäbis du In the flesh As Soldier First Class You are now authorized to use Materia Fusion Whoa So, what do I do? First, open the main menu You should now be able to select Materia Fusion Now Try fusing these two Materia Feuer- und Eis-Materia Halt If you have any questions Okay Materia Fusion Du kannst zwei Materia zu einer neuen Materia fusionieren Diesen Vorgang nennt man Materia Fusion Ach was Beispiel Feuer plus Blitz Ist gleich Eis, war Macht's irgendwie nicht Sinn, aber okay Einige Materia können nicht durch Fusionieren hergestellt werden Durch Fusion hergestellte Materia werden normalerweise auf Stufe 1 gesetzt Doch wenn zwei gleiche Materia miteinander fusioniert werden Übernimmt das Fusionsprodukt die Stufe der höheren Materia Wird die Diffusion eine Materia der Meisterstufe verwendet Kann eine Materia mit einer höheren Stufe entstehen Sobald du ausreichend Materia gefunden hast Kannst du regelmäßig mit Fusionen experimentieren Werden zwei Materia mit unterschiedlichen Parametern fusioniert So wird der Parameter mit dem höheren Wert Auf das Fusionsprodukt übertragen 50% des niedrigen Blablabla Zeig hier einfach Also Na gut Nehmen wir hier die Und Okay Kriegst du mal Blitz Was ist wenn ich Jetzt haben wir dann Magie plus 2 und 9 MP Magie plus 3 und 9 MP Das ist ein besserer Blitz Alles machen Okay Können wir noch mehr machen Eisklinge und Blitzklinge Ist gleich Feuerklinge Ja Wer hätte es gedacht Schleich dich du Drecksfiegel Was will ich da essen Motherfucker Na gut Wir lassen es mal irgendwie so So Jetzt haben wir ja mehr Zum Dingens Ne Okay Jetzt hätten wir zweimal Blitz Aber ist der Blitz jetzt irgendwie besser als Dunkelblitz Wenn er mal gelevelt ist I don't know So Was ballern wir da jetzt noch rein Ja Lohnt sich Analyse überhaupt Wenn es hier dasteht Was irgendwie was macht So TP Boost Kann er nicht schaden Ja Alles halt einfach was wir machen So Was ist mit dir Ja Ja Okay Ja Kenn mich aus Danke Ja Dankeschön Wie lange spiele ich schon 55 Na gut Ja Und Tschüss Hey Ja, und ich habe auch Materia-Fusion gekauft. Dann zurück in mein Büro. Ich werde dich auf die Mission beraten. Ja, Herr. Oh mein Gott, was werden wir schon dazu gespammt haben mit E-Mails, ha? Personalsache. Wollen wir Personas in dem Dienst für Shinra gefallen? Genesis und Angel, ha? Das stimmt doch gar nicht. Ist das eigentlich was Neues? Nö. Na dann. Ach, was will er schon wieder? Loris angeschaut. Ja, schön für dich, ha? Oh, okay. Die Firma hat entschieden, dass sie aus dem Genesys und ihren Zusammenhangs. Das hat auch Angeal. Und du willst mich machen? Nein, der Shinra-Armee wird es tun. Was für mich? Sie glauben nicht, sie glauben, dass deine Emotionen deinem Bezugreifen. Ja, natürlich! Das ist warum ich auch gehe. Um sie zu töten? Ein Intruder! Watt! Oha! Gibt es irgendwas, ha? Schaut nicht so aus. Natürlich! Was sollen wir denn sonst machen, ha? Okay. Wer? Nein! Was ist das? Aktivieren den Kombat-Mode. Na, die kennen wir ja schon. Sie sind irgendwie, glaube ich, gegen Blitz anfällig, ha? So, jetzt haben wir Dunkelblitz und Blitz, ha? Oh! Oh, ja! Okay. Okay. Das war einfach. Was war das? Was? Du wirst nicht wissen? Das war ein Intruder-Neutralisation-Mode. So, warum war es attackiert? Es war nur wie Berserk. Für Reasons unkommende. Aber ich wurde gefordert, um... Ja, scheitert auf ihn. So, was sagt die Karte? Okay. Ja, keine Ahnung. Tommer, Dweb, Blitzinger? Ja? Was? Okay, unser Doppelbritz macht mir eine Schade. Kein Ding, ha? Danke! Warte, was ist da, ha? Geht da doch was mit dem? Machst du auch noch einen Niggerchen, ha? Ja, ist doch alles okay mit dem, ha? Na mein Gott, ha? Okay, also, ja. Schon. Hey, sogar Soldiers haben ihre Schade. Well, das ist eigentlich... Ich bin wirklich... Du bist Soldier. Suck es auf. Wenn du schlecht bist, dann... Entschuldigung, für dich. Nein. Zack, wo bist du? Oh, Direktor. Geht zur Entrance ASAP. Massiv? Ja, ja, ja. Okay, klar. Wir sind da eh fertig. Also, wenn wir halt immer eine gute Bewertung haben... Dann wird immer unsere MP und FP und alles mögliche auch gefüllt, ha? Oha. Das sind ja einige, ha? Wir sind Robo-Viecher. Ja, gut, dass wir mehr Blitz haben. Das ist das, was wir tun. Kann ich noch nicht mehr? Was ist mein Gott? Ja, das war's, huh? Was sind wir denn? Ja, das war's, huh? Das war's. Damn, they're swarming us. Activating combat goal. Warte, mach doch Magie machen. Scheiße, ne? Falsche Taste. Oha, geiler Schaden. Jawohl, die feine jungen wie nix. Was? Wie viele? Jesus, ha? Wow, alle getroffen. Hey, meister, ha? Ja. 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 Warte, ha? Oh, ja! Hollander hat seine Wissenschafts-Departement gewonnen und hat ihn verloren. Er hat seit schon eine Grange gegen Shinra geboren. Er will Revenge. So schrecklich. Und Genesis unterstützt diese schlussenden Grund? Ich will es nicht glauben. Nun, dann nicht. Entstanden. Jetzt, Zack. Kopien haben auch in Sektor 8 genannt. Los geht's. Ja, mach mal was, ha? Das ist doch echt easy für dich, ha? Sektor 8. Ja, mach doch mal was, ha? Wat? Ach, den kennen wir ja auch schon, ha? Und den auch. Ja, mach doch mal was. Du musst mich schrauben! Sung, mach etwas! Es gibt keine Bedrohung. Huh? Okay. Die anderen Bereichen. Die Fahrzeuge sind einfach schraubend. Soldaten haben Probleme. Rino, Ru. Ja, mach doch mal was. Ja. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja. 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 Ich besiege die Monster. Was? Ich mach keine Gefangenen. Na scheiße. 100er Crit. Sehr praktisch. Komm mal. Es sind ein bisschen zu viele Cutscenes. Für alles bin ich nix halt. Ja ich mein komm. Ich geh auf damit. Nervst. Ja. 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 Da schauen wir doch gleich mal nach. Das sind scheiße. Aber dann komm ich dich nochmal besuchen. Amore. Ich hab. Na gut aber wer weiß. Zweimal Marquis Resistance. Vielleicht auch nicht zu übel. So. Bitte keine Cut ziehen. mp frei alles super Ich weiß nicht. Yo. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich die Ohren hier bin. Ich weiß nicht. Nuggets. Oh. Oh ja. Oh ja. Nix mit Feuer. Ja, wie praktisch, dass du schläfst, ha? Ja, wie soll ich das? Ja, wie soll ich das? Auw. Barrier Hearten. Oh shit, der lebt immer noch, ha? Ach was. Das war aber nicht nett, ha? Wenn ich ein Kind war, wollte ich immer, Wände zu haben. Wer nicht? Ich würde auch gerne fliegen können, ganz ehrlich. Wer hatte Wände? Sie wären Monster. Wände zu haben. Sie symbolisieren Freiheit für diejenigen, die nichts haben. Sie symbolisieren nicht Monster. Ha. Impressiv, Soldier-First-Class. Du hast Skill. Well, unlike the Turks, fighting is our main thing. Here, a little gift for helping me out. Mail-Adresse, ha? Aber gut, einen neuen Laden. I'm off to the next job. You've got something too, right? Yeah, I do. Until we meet again. Bye bye. Bin gespannt, was sie verkauft, ha? Schau mal gleich. Ah, das ist scheiß Handy, ha? Ein Sektor VIII ist klar. Kommt nach Macho Reaktor V. Hast du etwas gefunden? Und G.I.E.L. wurde besucht. Also ist es zu suchen und zerstören? Die Armee ist mobilisieren, aber es gibt noch Zeit. Du und ich werden sie finden bevor sie machen. Und? Und was? Oh, ah. Makro Reaktor 5 Wie komme ich da her? So Verkehrt den Laden Agentenbedarf Oh Feuer, Ice, Blitz, Vita, Medica, Analyse, Sternenanhänger, Schützvergift Ziemlicher Crapper Okay Na gut, aber ich würde sagen, ich mache dann da wieder Schluss Vielleicht mache ich später noch weiter Speichern Ich finde es sogar noch schwierig spielen So, egal Ich hoffe es hat euch gefallen Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal